wenn ich glaube ich würde es gelangt okay los meine gegründet wir hatten schon ein großes Problem und wir haben es beseitigt nicht durch eine Übermacht sondern durch Aufrufung wir haben Tage und Nächte gesammelt um unseren Feind qualvoll leiden zu lassen nicht um ihn zu töten sondern nur um zu sehen wie bluteln und das werden wir heute wieder tun denn wir sind Hobbitos und das werden wir heute wir sind der Abschaum der Welt ich habe einen erwischt aber nicht geduldet wir sind Gamer wir schwitzen unser Arschschwitze blutet schon wir haben keinen Bock mehr auf gamen wir haben Hunger aber wir gamen denn wir sind Pastarde und sicher in der Hölle landen wie Schweine werden nein, mich auch der andere Lava da irgendwie scheiße